Geil, ich kann ja wieder eine neue Folge hier von Die Drei, die Drei unterwegs Irgendwohin Durch den Harz Ich habe nämlich jetzt wieder die SD-Karte Ach Scheiße Was? Ganz nahe Aufnahme von Der Equipment Gebrüder Gebrüder Grimm nennt man sowas Mal Grimmig, mal Brüder Jetzt fahren wir hier durch Rote Sitte In die Königshütte Und da ist auch schon eine Königshütterin Die Dorf Perlen Ja, und hier Dorf Perlen Martin Wir fahren hier durch Rote Sitte genannt auch Genannt auch noch Königshütte Wahre Natur, offenbart uns sich hier nicht Nur eine kleine Feuerwehr Das guckt nicht der Wert Wir sehen uns später, wir müssen Akku sparen Was ist denn Schorstellerin? Wir stehen hier neben dem Bagger Simulator Hahahaha Erzähl mal von einem anderen Simulator Spielchen Die Laune heißt Was ist denn deine Spielchen? Ja hier Brücken-Brücken-Konstrukteur Wann mal Ich sag sofort schon gleich Wie baue ich eine Brücke? Hahahaha Wie baut man eine Brücke? Was ist das noch? Apri-Simulator Das hast du noch richtig Hahahaha Apri-Apris-Simulator Jawoll Das ist natürlich auch ein richtig schönes Spiel Das sag ich dir mal was Zeugnis gebaut Und du lässt es hier einfach liegen Hahahaha Das ist so toll Was ist denn das? Spielzeichen Ähm, führ mal vor Für die Kamera Ja, das ist mir zu doof Mach doch mal, für die Kamera Für die Kamera Für die Kamera Für die Kamera George, guck mal hier Guck mal hier Und was soll das sein? Ja, das war schon Ich bin ganz dabei Ich bin ganz dabei Oh Gott Warte ich ja Ich bin dabei, nur ist das so gemacht Ja Dann seid ihr gespannt Zur nächsten Folge Im Auto Hallo, da wären wir wieder Willkommen zu Teil 3 Willkommen zu Teil 5 Wir sind immer noch 3 Vielleicht ist hier ein 4 Der da hinten Der hier neben Und der hier Hier vorne ist keiner Und lass mich da Auf Wiedersehen Bis zur nächsten Folge Wenn es heißt 3 im Auto Und vielleicht auch einer mehr Vielleicht ein 4 Man weiß es nicht Doch einer weniger Bis dann Schalten Sie wieder ein